Tango, verlegen wir noch 10 Meter weiter nach links. Verstanden, 10 Meter nach links. Da ist alles auf dem... Superstar, super, passt. Da knallt! Alle Mann zu mir, beim Gruppenführer sammeln. Beim Gruppenführer sammeln. Ja, gesehen. So, wir springen jetzt über die Straße, markant auf 150 Grad, einstehender Baum an Hügel. Ja, erkannt. Wir werden jetzt Hinterhang uns Stellung beziehen und dann versuchen, den Kameraden das Volley zu retten. Sprung auf, Marsch, Marsch! Sprung auf! Redu, stehen bleiben! Redu, stehen bleiben! Redu, stehen bleiben! Wir haben das Volley hier! Wo kam das her? Wo kam das her? Wo kam das her? Ich hab keine Ahnung. Richtung Südwest? Ich vermute Richtung Ost, die kann ein bisschen aufgehen gehen. Südwest? Ich kann doch nicht aufgehen gehen. Hier kommt immer noch was rein. Hier kommt immer noch was rein. Äh, zieht die Kameraden zurück, zieht sie den Kameraden zurück, ich hole Willi weg. Äh, am besten den Kopf nicht rausstrecken, ich weiß nicht, wo's herkommt. Ich bin ans Vorder. Mischkorn nicht weiter nach links. Okay, ja. Ich hab schon. Da! Ah! Ah! Ah, da vorne! Hallo, die Gämpf! Noch einer! Die Gämpf! Granate! Irgendwas hat er gar nicht geschmissen! Ach, der hat... Okay. Alter! Magazin? Ja, ich bin noch ein Ausrede neben mir, ne? Ja, ich bin ans Rolli schon dran. Jo. Hier ist... Hier ist noch ein Verwundeter. Hamty... Äh, über... Übernimmt mal jemand hier Hamty? Ich sichere der Wall. Achtung! Hamty, ich schlage ein kleines bisschen nach. Okay, jetzt bist du schon vor und auf. Welche zwei Schafe sind schon aufgeschaltet? Verstanden. Nebel auf 240. Das war von dem einen Scharfschützen. Am besten auf dem Weg, oder? Noch einer. Ja. Ja, hast du den schon behandelt? Hm, der braucht E.P. Ja, bei den links kannst du auch noch verbinden. Anubis? Ja? Wir hatten gerade Führung. Achso. Gar keiner. Ähm. Dann werde ich jetzt weiter nach links krabbeln und schauen, ob ich das Oberwatch kriege, auf die Freifläche voraus. Ähm... Wiederholen? Meinst du das mich, oder? Ja, du! Ich werde weiter nach links krabbeln, um einen Augenblick auf die Freifläche zu kriegen. Ja, okay, aber bleib in der Nähe, bleib in Rufrecht weiter. Ja, ich versuch's. Der Rest, äh, bandagieren, die Leute wieder fit machen und melden. So, Hamty ist soweit versorgt. Haben wir den Swally noch hier? Den hab ich schon versorgt, der liegt hier hinter dir. Okay, ähm... Bei Frisk Person könnt ihr dem das Funkgerät aus dem Dixbums klauen und die anderen kontaktieren. Ben, übernehme mal kurz die Sicherung Richtung Südwest. Moment. Ich bin dem ja noch ein bisschen. Also Hamty ist verbunden, ja? Okay, dann Mischka übernehmen. Okay. So, ich bin da. Okay. Moment, ich prüfe. Swally und Hamty sind nicht bei Bewusstsein, richtig? Check. Aber wir können sie durchsuchen und können die Funkgeräte aus ihrem Inventar rausnehmen. Dann Ben übernehmen und Medivac anfordern. Check das. Warte mal, Hamty ist hier. Warte mal, da ist jemand wach geworden. Hallo? Hamty. Hamty? Ja, jetzt, es geht wieder. Okay. Ah, sehr schön. Wir brauchen unbedingt einen Medivac, ihr seid angeschossen worden. Wir haben die zwei feindlichen Schützen bekämpft. Wir befinden uns gerade in Sicherung dort, wo ihr bekämpft worden seid. Ist okay, ist so verstanden. Rufe gleich mit. Snake steht hier, Hamty, kommen. Wir sind gerade im Feuerkampf geraten. Haben Verwundete, brauchen Medi Unterstützung. Ich habe auf Karte mit Punkt Medi markiert. Dort befinden wir uns. So verstanden, ja. Okay, die kommen gleich. Ah, ich habe gerade auf der Karte markieren wollen. So, nehmen wir den Roten noch schnell mit. Wollen wir nicht vielleicht erstmal ausweichen? Ähm. Ähm. Verwundeten. Also, wir haben ja maximal eine Sicherung von 100 Metern, ne? Mehr nicht. Wir könnten die Leute auf die Schultern nehmen und könnten den anderen ein bisschen entgegenkommen. Ich würde gerne lieber dann wieder zurück in den Wald verlegen und nicht... Nein, wir müssen irgendwo hin, wo uns die anderen gut finden können. Ah, ich sehe den Hunter schon. Er ist jetzt gerade bei Air Station 2.6 vorbei. Ich gehe auf die Straße und nehme ihn auf. Richtig, genau. Wir bleiben hier. Wir ziehen die... Wir lassen die alles hier. Ich weiß, wir haben hier eine scheiß Sicherung. Aber jetzt groß, mich bewegen. Geht fast nichts. Ähm. Hat ihr irgendwer aufklären können, von wo die Schüsse kamen? Die wurden bekämpft. Die waren auf 2.40. Grob. Okay, gut. Ähm. Hat er erkannt. So. Verwundet ihr in gedeckter Stellung? Ja. Ja, hier. Verwundet ihr sind jetzt erstmal hier. Okay, ich nehme den Lenken. Alles klar. Der Feindkontakt von unserer Richtung aus war Südwest. Das heißt, dorthin sichern wir euch ab. Ich gebe eine EP. Ich steige Schmerzen. Ah, Smally. Hi. Oh, Smally. Schmerzmittel? Oh ja, immer rein damit. Ah. Ja. Überprüfung. Achtung, mache doch mal eine Diagnose. Warte. Oh, immer, immer noch Schmerz. Ich glaube du bist auf Dauerfunken. Untertitelung des ZDF, 2020